Ich freue mich wieder hier zu sein. Was ist bei deiner Frisur? Was ist da passiert? Hat der Frisur zu gehabt oder was ist da los? Kann ich mal anfassen? Darf ich mal? Oh Gott. Naja. Sehr schön. Ich bin aber momentan ein bisschen traurig, weil ich bin ja auf der Suche nach meinem Traumprinzen. Ich habe den leider noch nicht gefunden. Ich habe wirklich alles gemacht, um den passenden Traumprinzen kennenzulernen. Ich war ja so, wir haben auf einer Single-Party. Es gibt ja so Single-Party, so Ü30-Party oder hier so Fisch sucht Fahrrad. Gut, bei mir zu Hause heißt das Latze sucht Matratze. Ich also noch zu Kai kam in den Schlüpper, ich ruft rasiert ab in die Marzahnermühle. Marzahnermühle ist so eine Diskothek bei uns zu Hause. Und ich komme da hin, steht ein Türsteher so vor der Tür, also so ein Türsteher so IQ wie ein Knäckebrot. Ich habe nicht den Knäckebrot, aber es muss nicht vor der Tür stehen. Und er dann so... Ich sage, was ist los, warum tanzen draußen die da drin? Und er so... Single-Party! Ich sage, was möchtest du? Single-Party! Ich sage, du, ich verstehe dich nicht, tut mir leid, ich spreche kein Russisch. Ich verstehe dich. Und er so, willst du so Single-Party? Ich sage, nein, ich wollte eigentlich zum Volleyball und dachte hier, dass ich jemanden hier zum Baggern finde. So eine Frage. Und er so zu mir, Volleyball-Versteignis! Ich sage, ja, friss Knäcke, du Hunk! Ich dann rinne in den Laden, rinne in diese Diskothek, stehe so am Tresen und als Frau kiekst ja mal so nach dem Frischfleisch, was so rumrennt. Und kiek so, und plötzlich kommt so ein Typ und quatscht mich so voll, so ein absolute Sensibelchen. So, hallo! Wo du schon so denkst, ey, geh weiter und quatsch mir jedenfalls, schlag die um. Der so, hallo! Ich bin Thomas und find dich toll und ich hab voll die Schmetterlinge im Bauch. Wollte schon sagen, was steckst du denn? Raub in den Arsch! Hallo! Hallo! Schlimm, oder? Und er so, und er so, ja, dein Körper, dein Körper ist wie so ein Tempel. Ich sag, ja, aber heute ist keine Messe. Und er so, ja, weißt du, als Gott dich schuf, muss er einen verdammt tollen Tag gehabt haben. Kennt ihr das? Sekundenschlaf? Und ich dann so, ja, als Gott dich schuf, hat er wahrscheinlich frei gehabt. Ich hab deswegen, ich hab keinen Bock mehr auf Single-Partys. Gut, den Türsteher hab ich mir dann mit nach Hause genommen. Mit dem war ich aber auch nur drei Wochen zusammen. Ja, Sex mit Türsterne ist scheiße. Die kommen halt nie rein. Oh. 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 Oh.